Morgen, herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute machen wir auch wieder die Videoreihe weiter zu Helium. Heute erkläre ich euch ein bisschen über die Seite hotspotty.net. Mit hotspotty.net könnt ihr die Location von den Minern ganz genau herausfinden. Ihr könnt dementsprechend herausfinden, ob es sich lohnt, da noch einen Miner reinzustellen, weil, wie wir in einem anderen Video kennengelernt haben, gibt es da diesen Reward Scaling oder Transmit Scaling, wie das da bei Explorer.Helium heißt. Am besten ist es immer eine Wertung von 1 zu haben, dann kriegt ihr auch wirklich die ganzen Rewards. Es gibt aber auch dementsprechend Miner, die haben 0,2 Transmit Scale, dann kriegen die da halt quasi nur ein Fünftel von dem Ertrag, aber wenn da halt viel passiert, dann ist es trotzdem noch lohnenswert. Muss ja nicht immer heißen, 0,2 Transmit Scale ist scheiße. Gerade in Berlin seht ihr auf einem Feld manchmal 10 Miner und die machen trotzdem noch ihre 100 Euro im Monat oder auch 200 Euro im Monat. Da müsst ihr halt genau gucken. Aber wie das Ganze berechnet wird mit dem Transmit Scale, worum die dann runterkommen, erkläre ich euch das mit hotspotty. Und hotspotty hat noch einen kleinen Extra hinzugefügt. Da könnt ihr genau gucken, wo die Miner halt stehen. Die Location, die wir jetzt hier wieder ausgesucht haben, ist Hannover. Hier könnt ihr zum Beispiel gucken, bei Gabsen sind halt grüne Punkte. Das sind immer meistens die Miner, die wirklich auch an dieser Stelle halt stehen. Das sind jetzt hier gerade keine Häuser genau angezeigt. Aber ihr könnt dann halt, wenn ihr das hier genau schaut und geht bei Google Maps an die Stelle halt dran, dann würdet ihr das genau erkennen. So, hier seht ihr zum Beispiel, das wird jetzt langsam angezeigt, dass hier in einem Wohngebäude oder sowas vielleicht ein Miner steht. Oder das ist eine Industriefläche, wo dann irgendeine Halle im Büro vielleicht so ein Miner steht. Die roten Punkte, die sind dann derzeit offline, die laufen halt nicht. Aber hier könnt ihr halt genau sehen, dementsprechend, wo die Miner halt stehen. Weil bei Helium Explorer wird euch nur der Hex angezeigt, dass der da drin steht. Aber bei hotspotty habt ihr genau wirklich das Feld, wo ihr sehen könnt, da ist der Miner. Und dann dementsprechend könnt ihr gucken, ob ich wirklich auch 300 Meter entfernt bin. Wenn wir uns jetzt mal einen Miner hier mal rauspicken, den Stripit Creep for Poise. Ist derzeit online, ist synchronisiert, allem drum und dran. Hier gibt es natürlich auch so Activity, Beacon, Witness, Challenger und so alles noch, wo wieder nachgeschaut werden kann, wann da mal wieder ein Reward da gewesen ist und allem drum und dran. Ist so ziemlich das Gleiche wie bei Helium Explorer. Hier würdet ihr wahrscheinlich ein paar mehr Funktionen auch haben. Hier wird es auch noch Rewards by Day, wann ist mal was passiert und so alles. Da könnt ihr das echt genau gucken. Und das Wichtigste hier, wie gesagt, das hinten, deren Wallet, wo der steht, was für eine DB Antenne. Seit dem 7. Januar dabei und die Installationshöhe 4 Meter. Wie gesagt, könnt ihr euch da einmal gerne durchschauen. Das Wichtigste bei der Sache ist jetzt hier der Reward Scaling. Beim Reward Scaling könnt ihr jetzt sehen, dass dieser Miner hier in dem Feld, den ich jetzt hier habe. Genau, das ist dieser Hex hier. Da sind zum Beispiel zwei in dem Hex halt drin. So könnt ihr sehen, dass die Transmit Scale bei 0,5 ist. So, ihr seht hier die Resolution. Resolution 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Wenn ihr Resolution 10 halt habt, dann wird dementsprechend dieser Hex aufgenommen, der jetzt halt quasi hier in der Mitte ist. Bei dem Hex darf wirklich nur einer drin sein. Er ist auch wirklich gerade anscheinend an dieser Stelle auch hier dran. Dass er quasi in dem Hex halt drin ist und da hat er halt die Transmit Scale auf 1, was hier in dem Bereich halt passiert. Dementsprechend, wenn du hier jetzt nochmal zurückgehst und wir gehen auf diese Resolution 9. Dementsprechend sagt er hier, okay, in diesem Hex sind jetzt zwei Miner drin. Wenn zwei Miner drin sind, ist automatisch die Transmit Scale geht gleich auf 0,5, je nachdem. Also hier steht ja auch 0,5 bis 0,75. Global Average ist 0,73 halt. Da muss man gucken, es wird weniger auf jeden Fall, wird nicht bei 1 bleiben. Aber dementsprechend seht ihr, dass ein zweiter Miner drin ist. Kriegt ihr natürlich weniger Ertrag. Würde ein einziger Miner, ich sag mal, 1.000 Euro im Monat machen. Und ihr habt jetzt zwei in diesem Hex halt drin, würden beide circa 500 machen. Das ist dann immer noch in Ordnung. Dementsprechend sagen die Resolution, dass bei dem Resolution 10 einer eigentlich nur drin sein kann, um Transmit Scale 1 zu kriegen. Bei Resolution 9 steht schon drin, one too many. Das heißt, dementsprechend ist einer schon zu viel drin. Dann, egal was in diesem Kreis dann halt passiert, wird das dann halbiert auf 0,5. Bei Resolution 8 ist es wieder ein größerer. Hier sieht man wiederum Limit von drei Hotspots. Also in diesem Bereich hier, der umrandet ist, dieser dickere weiße Hex. In dem Bereich dürfen drei Miner drin sein. Und wie ihr seht, sind es gerade zwei und einer ist halt offline. Dementsprechend ist noch ein einziger Platz dann halt frei. Dementsprechend würde sich in diesem Hex noch einer lohnen. Aber da ja einer offline ist und der dann wahrscheinlich auch online kommt, ist dann eigentlich das auch durch. Dann hier auf jeden Fall Resolution 7. Natürlich, das wird dann immer wieder größer und je größer das Feld auch wird, das ist jetzt quasi, hier in dem Fall sind es fünf Hotspots, die in diesem Bereich halt drin sein dürfen. Ist auch komplett ausgefüllt, dass es fünf Stück sind. Das ist ja der hier in der Mitte. Da natürlich der rote offline ist, werden auch fünf angezeigt. Und fünf ist auch Limit. Also alles in Ordnung. Trends mit Scale habt ihr auf eins. Also bekommt ihr den vollen Ertrag. Würde der eine Miner natürlich jetzt auch wieder reinkommen, würde dann natürlich hier nicht eins stehen, sondern wahrscheinlich 0,7 oder ein bisschen weniger dementsprechend. Da müsst ihr halt immer wieder immer drauf schauen. Weil wenn irgendwer anders da drin ist, könnt ihr mit Hotspot hier herausfinden, dass er da drin ist. Und im schlimmsten Fall fragt ihr ihn, ja, wäre es nicht vielleicht möglich, den ein bisschen anders hinzustellen oder was weiß ich nicht. Weil es gibt solche Momente immer. Dementsprechend gibt es hier jetzt nochmal noch die größeren. Und wenn wir jetzt mal auf Resolution einfach 4 gehen, dürfen dann in dem Feld bei Resolution 4 noch 219 weitere Miner reinkommen. Das heißt dann dementsprechend in dem dicken, umrandeten weißen Hex dürfen 250 Hotspots drin sein. Derzeit sind es dann auch nur 31 Stück, weil 219 sind noch frei zur Verfügung. Wir haben auch eine Transmit Scale, alle von 1. Und das ist das Ding, wo ihr dann halt genau nachgucken müsst. Das wird bei Helium Explorer ja nicht ganz genau angezeigt. Da seht ihr halt nur der Hex. Aber wenn ihr neben in diesem Hex einfach 10 Miner drinne stehen habt und ihr habt bei der Resolution 5 oder bei 6, ist dann euer Hex auch noch mit drinne, dann ist das wieder anders gewertet. Das könnt ihr bei helium.explorer.com nicht sehen. Dementsprechend ist dann die Seite sehr lohnenswert, sich da auch mal reinzuschauen und das auch eigentlich zu nutzen. Ihr könnt in einem amerikanischen Bereich, steht auch US-only, auch so ein Hotspot halt kaufen und dann halt einfach hinstellen und gucken, was deren Ertrag halt erwirtschaften könnte, halt dementsprechend. Geht aber nur im US-Bereich. Das ist dann, wie gesagt, hier jetzt zum einen halt wegen diesem Hex, also darüber über die Seite. Wie gesagt, wenn ihr da auf einen Miner draufklickt, Reward Scaling drauf, 0,61. Liegt daran, weil er im Resolution 5, das ist dann halt schon Innenstadt dementsprechend, in diesem Bereich, durften eigentlich nur 100 aktive Hotspots drinne sein. Es sind aber 64 zu viele drinne. Dementsprechend wird die Transmit Scale runterskaliert auf 0,61. Ihr kriegt weniger, aber das ist dann halt wieder eine Frage, lohnt es sich oder lohnt es halt sich nicht. Optimal ist immer 1, aber wie gesagt, wenn da 0,5 steht und ihr macht trotzdem noch Gewinn damit im Monat, dann ist es immer noch in Ordnung halt. Man kann ja immer alles noch vom Kuchen ein Stück abhaben. Genau, so. Dementsprechend ist das hotspotty.net. Den Link packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Ich denke mal, das war es mit diesem Video. Falls Fragen sind oder wie auch immer, kommt gerne auf den Discord-Server unten in der Videobeschreibung auch alles verlinkt. Könnt ihr mich gerne auch unterstützen bei den Affiliate-Links. Würde mich sehr darüber freuen. Und dementsprechend sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.